Hallo und herzlich willkommen bei musix.tv. Wenn ihr zu Hause vor dem Computer sitzt und Let's Plays, Podcasts oder Vlogs machen wollt, dann gehört zur absoluten Basisausstattung ein professionelles Mikrofon, um eure Stimme in hoher Tonqualität aufzeichnen zu können. Und dass das keineswegs sehr teuer oder sehr kompliziert sein muss, beweist die Firma Marans mit dem PodPak 1. Und das schauen wir uns in diesem Video an. Das Marans PodPak 1 beinhaltet alles, was ihr benötigt, um am Computer professionelle Audioaufnahmen vorzunehmen. Das Wichtigste ist natürlich dabei, dass Kondensatormikrofon das Aufnahmen in Studioqualität zulässt. Das wird ganz einfach mit eurem Computer verbunden über das mitgelieferte USB-Kabel und am Rechner wird es dort treiberlos erkannt, sodass ihr jede beliebige Software verwenden könnt für die Aufnahme. Auch im Mieferumfang enthalten ist dieser sehr praktische Halter, der verstellbar ist und dabei lustige Geräusche macht. Aber davon abgesehen ist es ein sehr nützliches Tool, wenn man am Rechner sitzt, weil man dann die Hände frei hat, um an einer Computertastatur zu arbeiten. Da hat das Mikrofon dann nicht direkt vor sich mit der Halterung, sondern kann sich das ganz auf seine persönlichen Erfordernisse einstellen. Und der robuste Tischhalter ist natürlich auch im Mieferumfang enthalten. Also im Prinzip bietet das PodPak 1 alles, was ihr braucht, um sofort loszulegen. Ihr hört nun die unbearbeitete Originalaufnahme, die ich mit dem Marans PodPak 1 Mikrofon aufgezeichnet habe. Das Mikrofon ist sehr hochwertig verarbeitet und die Klangcharakteristik ist perfekt geeignet für hochwertige Sprachaufnahmen mit dem Computer. Das PodPak 1 von Marans ist auf jeden Fall die perfekte Lösung für alle Leute mit schmalem Budget, die eine unkomplizierte, aber trotzdem professionelle Lösung für ihre Audioaufnahmen am Computer haben wollen. Das Ganze kostet unter 100 Euro und ihr könnt alle technischen Daten bei uns im Shop gerne nochmal nachlesen. Wie immer unter www.musicstore.de Oder wenn ihr in Köln seid, besucht uns hier in unserem großen Laden und probiert es einfach selber aus. Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei MusicStore TV.